Einen wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Wobei die Börsenkurse interessieren hier heute eigentlich relativ wenig. Die hat nämlich geschlossen und die weltwirtschaftlichen und die weltpolitischen Probleme sind hier auch momentan vollkommen egal. Dafür steigt die Stimmung umso mehr. Wir sind an Bord der Full Metal Cruise und zwar die sechste Ausgabe und hier ist einfach eine Wahnsinnsstimmung. Es macht höllisch Laune dabei zu sein, einfach unter Freunden. 2000 Verrückte, 2000 Freunde, die das Leben genießen, die feiern, die Respekt voreinander haben. Und wenn man sich da unten schaut, da unten bei den Leuten schon beim Reinkommen. Man kennt sich von den letzten Cruises der letzten Jahre, man hat Spaß miteinander. Und es ist ein bisschen, man kann fast sagen, eine Stimmung, wie sie sonst eigentlich nur unter Kindern herrscht, wo man ausgelassen fröhlich ist. Einfach das Leben genießt, die Freundschaft, das Miteinander. Und ich bin jetzt heute zum fünften Mal dabei auf der Full Metal Cruise. Und ich habe in all den Jahren noch nicht ein einziges böses Wort gehört, noch nicht einen einzigen Streit irgendwo erlebt. Wer hier zum ersten Mal an Bord kommt und die Szene nicht kennt, der denkt, oh je, wo bin ich denn hier gelandet? Aber man merkt, dass man sehr schnell einfach unter Freunden gelandet ist, unter Familie und genau das, was hier stattfindet. Fünf Tage, sechs Tage Freundschaft, Frieden und miteinander. Dabei geile Musik und einfach eine tolle Stimmung, wie man es sonst selten in unserer Gesellschaft findet. Ich kann jeden nur einladen, sich das mal anzutun, hier dabei zu sein. Es ist für mich einer der geilsten Momente im ganzen Jahr und da freue ich mich schon seit Monaten drauf wie Bolle. Und jetzt lasse ich die Börse sein und ab ins Getümmel und Spaß hier mit geiler Musik, tollen Freunden und sicherlich auch ein oder anderem Bier. Das war das derzeit.